hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen video leute ich wollte euch nur mal erzählen was im moment los ist warum derzeit jetzt die letzten zwei tage so kein live das liegt daran weil mir am mittwoch vier weiß als zähne gezogen wurde ich weiß nicht ob ihr das kennt das sind eigentlich die zähne die man wie soll man sagen ja das tut sehr weh die zu ziehen weil die schon recht einer nervenbahn liegen wo man das hat auch noch richtig spiel leute damit habe ich dann auch eine betäubung ich würde jetzt die ganze story mal ersparen verkündigt ich erzähle ich gerne mal im stream aber ich denke mal am wochenende werde ich wieder streamen leute aber jetzt donnerstag und freitag werde ich jetzt erstmal nicht streamen dadurch dass im moment auch allgemein entsprechen noch ein bisschen schwierig ist leute ich denke mal am wochenende hat sich das wieder liegt das wird dann da einfach mal wieder ein bisschen reingreifen können den stream können wollte ich jetzt einfach nur mal diese info gegeben haben nicht wundern der hier ist ja inaktiv und so gut leute dann würde ich sagen habt noch einen schönen tag und bis zum nächsten mal